so und damit herzlich willkommen zu einem neuen video off the pace heute spielen wir ein ganz neues spiel das spiel heißt fortnite battle royale absolut nicht abgeschaut von irgendeinem anderen spiel und wir haben beide keine ahnung von dem spiel und werden es jetzt einfach mal zocken mal schauen was daraus wird ich drück mal bereit ne ja tut das alles laden des inhalts und spielersuche nice bestimmt finden wir gar keine spieler weil das niemand spielt aber warum hat die kabelbinder um den es ist überhaupt ein fuß rechts das sieht voll komisch aus weiß ich nicht oder ein abgehacktes bein eine prothese sieht voll komisch aus einsteigen und loslegen suche dir einen platz zum landen und plündere ausrüstung das kennt man ja bleibe im auge des sturms ich konnte gar nicht fertig lesen ach du scheiße das sieht ja aus wie was jetzt ich wie dings äh kennst du battlefield heroes von früher das gibt es ja leider nicht mehr genau so sieht es aus das sieht so behindert aus oh mein gott was ist das alter ein schulbus was ist das oh mein der hängt dann verlangt dran voll future und so oh mein gott guck mal vorne battle bus steht noch hinten dran oh gott was spielen wir hier alter oh nice voll die riesen map alter und wo steigt man aus und wie steigt man aus drück mal m lass mal greasy growth gehen ok ich habe markiert so ich glaube jetzt können wir schon mal raus oh mein gott schon mal raus ey wie so rupt es da in der luft alter ey voll lustig sturm braut sich zu sagen ja was kann der sturm jetzt team das hat sich nicht so ganz mitbekommen na 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 ich auch nicht ja dann duken wir mal schnell irgendwelche machen oh mein gott was ist das für ein oh mein gott was das für ein ding Wie das aussieht. Aber ich kann mit der Maus jetzt mehr steuern. Nicht mit WASD. Ah doch mit WASD auch. Okay. Alter man kann voll genau landen so. Ah das ist geil. Wir machen eigentlich die Landen. Das Landen und so. Verband. E auf E. Okay das ist voll geil. Ich hab... Oh nice eine Waffe. Munition. Ich hab... Irgendeine Waffe jetzt. Raketen. Watt Raketen? Ich duck von sich. Oh das sind zwei. Fuck. Egal ich hab Hitmarker bekommen. Aber das sind auch welche. Wir sind doch nicht weg. Ey da sind voll geil doch. Fuck ich hab keine Munition mehr. Fuck ich hab keine Munition mehr. Ah scheiße. Die hatte ja bestätig. Verfeiert. Scheiße. Oh fuck. Nein, wir sind gestorben. Aber hä, es ist irgendwie schon ganz lustig, finde ich. Ja, damit herzlich willkommen zurück in Runde 2. Mal schauen, was diese Runde so geht. Alter, geh zu der Reihen, falls du dich findest. Ja, ich bin... Scheiße, ich habe einen erschlagen mit der Oxt. Scheiße, ich werde auch mal geschossen. Oh mein Gott. Das ist voll dämlich ohne Waffen. Ja, übel. Warum sind das so wenig Waffen überhaupt? Ja, wir müssen einfach den Wald gehen. Hier ist ein Bus. Kommst du her? Okay, lassen wir jetzt mal rein nach vorne. Kann man denn noch fahren, den Bus? Nee, wackeln. So. Oh, hier liegt Munition. LOL. Da kann eine Shotgun raus, Digga. Aus dem Bus. Kommt da auch eine Shotgun raus? Ja, ich schieße da gegen den. Gönn dir. Holz. Nein. Holz? Aus einem Baum? Nein. Wie kommt das denn da raus? Scheiße. Das ist richtig creepy. Gebäude kann ich bearbeiten. Wir müssen Gebäude suchen. Ich will ein Gebäude bearbeiten. Oder eins bauen. Wir müssen Gebäude bauen. Dort vorne ist eine Holzhütte. Wo? Ja. Ich muss mal dahin. Gibt es hier kein Jetpack oder was? Das würde voll so viel passen irgendwie. Ja. Hä? Man läuft einfach aus dem Wasser ab der Hälfte. Oh my god. Irgendwie, die... Diese Axt hat voll den komischen Effekt, dass die so voll groß wird, wenn die in Richtung Bildschirm geht, ne? Das ist voll komisch. Oh my god. Oh my god. Und da kann man nicht mal rauflaufen. F1. Oh my god. Drück mal F1. Da kann man so Sachen bauen. Oh my god. Oh my god. Das ist ja echt ein Lauren-Game. Oh my god. Ich habe ein Ding gebaut. Nice. Hä? Aber ich verstehe nicht. Wieso kann man denn die bauen? Das würde uns ja ewig gehen dann. Aber wozu kann man bauen? Ja eben. Wenn der Sturm kommt, ist man doch tot. Ja, ich verstehe es auch noch nicht so ganz. Aber guck mal, wir haben eine Plattform. Immerhin jetzt. Wow. Ich hole noch mehr Holz. Guck mal. Drück mal G bei der Hütte irgendwie. Geht da was? Gebäude kann ich mehr, bitte. Ah, das ist für hier. Man kann auch so schöne Fenster hier rein machen. Wunderschön. Nee, da ist auch eine Hütte durchgedehrt. Ja, cool. Jetzt haben wir eine Hütte. Oh, wow. Oh mein god. Hm. Vielleicht ist es einfach so. Ist ja schon cool. Wenn du dir jetzt vorstellst. Ich habe eine AK. Du wärst jetzt halt in der Zone irgendwie in der Mitte. Und dann brauchst du ja irgendwie so eine Barriere hin irgendwie zum fighten. So steht mir das eigentlich schon ganz sicherlich einfach. Was für häusamer Zeit fans. Ja, Mann. Wunderschön, oder? LOL, ich habe dir Leben abgezogen. Ja. Alter, ich bin ja voll low. Ich bin ein Lappen. Ich habe dir doch nur in den Rücken geschossen. Yo. Wahrscheinlich mit der Shotgun, Alter. Schöne Dächer. Nein, mit der AK. Das kitzelt nur. Na ja, dann mache ich jetzt mit der Shotgun, ne? Nein, Alter. Da bin ich tot. Aber warte, wenn ich dich auslock und wiederbelebe. Wie geht denn wiederbeleben? Ja, ja, auf E muss gedrückt halten, glaube ich. Alter. E? Tschüss. Hey, ich wiederbeleb dich noch immer. Ja. Oh. Oh mein Gott. Äh, ja, wir sollten uns schnell bewegen, glaube ich. Hey, wie lange dauert das? Neun Sekunden. Vor allem, guck mal, wie weit die Zone weg ist. Das schaffen wir nie. Alter, da oben sind nur noch Leute, Alter. WTF. Was haben die denn da gebaut? Oh, schießen, Alter. Die haben uns nicht gesehen. Töten wir die? Ja, komm, sonst schaffen wir es eh nicht. Yo, fang halt schon mal. Zwei Sekunden. LOL, hast du den eingeholt? Easy, Digger. Safe, sag, zum Heilen. Nice. Beide tot. Läuft bei dir, Alter. Ne, M16. Die hatten coole Waffen. M16, Digger. Holz, hat der da was zum Heilen? Sonst verreck ich gleich wieder. Ist das was hier? Verband. Nice. Ne, das wird nichts. Ich habe nur noch einen Verband. Schaffen wir nie. Oh mein Gott. Schal. Ja, ripp. Ja, ripp. 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 Das ist hier durchschlafen. Ja, mor. Boah. Eine Waffe. Ich hole jeden, der hier reinkommt, Alter. Gehört mir die Scheiße hier. Er hat es übelst viele Waffen. Komm hier rein. Überall Waffen. Was ist das für ein Sound, Alter? Wittje. Da ist, oh mein Gott. Da ist ein Chess. Ich muss da hoch. Einziehbare Stacheln, habe ich. Was ist das? Wie kommt man zu der Chess, Alter? Komm, lass die Leute mal killen, Alter. Komm mal hier weg, Alter. Ey, ich höre schon wieder so ein Kistengeräusch. Lol. Da ist jemand über dem Feld. Hinter dem Traktor. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße, da ist noch jemand. Pass auf. Wo? Hier an dem Host. Ja, ich komme zu dir. Geh da hinter decken. Alter. Ich habe dich voll auf getroffen, Junge. What the fuck? Hab ihn. Wo ist der andere? Wo ist der Lappen, Digga? Die haben irgendwelche Granaten, Bomben, Kacke da geschossen. Naja, ich würde sagen, das reicht für den ersten Eindruck von dem Spiel. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das tolle Spiel findet. Es ist mal was anderes ein bisschen. Auch wenn es komplett kopiert ist, ist es trotzdem ein bisschen was anderes. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 時 Vielen Dank.